und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von so wir fahren dann mal zur werkstatt wo wir schon den mara gesetzt haben ich trinken wir ganz kurz was letzte wo dann schauen wir mal was wir zu aktuell machen können wir sagen zu viel aufrüsten will ich gar nicht weil wir wollen ja sparen für garage und so aber ich bin ja doch schon überlegen ob wir uns endlich mal ein zweiachsiges heck holen drei achte geht glaube noch nicht man muss ich jetzt hier so pissen was sind dreckswetter vor allem ist es nebel es regnet wir fahren hier in einer super engen stadt wo überall leitplanken sind und das mit unserem schönen lkw und unserem schönen auflieger wie sehr geil da hat keiner nur schief gehen so wollen wir auch da naja selbst die werkstätten sehen noch eins zu eins aus wie früher oh mein gott so erstmal wartung wichtigst über 7.000 euro egal so das schön ist wir haben jetzt 130.000 euro das heißt wenn wir jetzt hier alle kredite wird erstmal hier erstmal hier wieder alles schön machen so 45.000 dollar so lkw konfigurator wirklich schon viel look at dies ist dies nicht natt ich habe jetzt natürlich die frage ob da jetzt unsere fällen passen optisch her wenn ich da jetzt überall hier diese weiß ich gar nicht mehr welche reifen hatten wir denn da wir hatten die reifen michelin x line d2 gut die gibt es natürlich bei der fortbereifung gar nicht ddddddddddd2 so und was haben wir hier f energy line f energy line f f da ja wie gesagt bei vierachse passen die felgen nicht mehr wirklich da würde ich denn doch eher mit den standard felgen gehen das sieht dann optisch doch schon besser aus ne bei der zweiachse lkw äh bei dem zweiachse lkw sehen die felgen ganz geil aus aber bei der großen jungen passt das nicht so ganz da passt das from der optik her viel besser so hab schon 105.000 das schmerzt ah diese schmerzen gut 57 ps ist leider noch nicht verfügbar aber egal ich hätte die frage ich rüste mir so ein lkw auf damit hätte ich mal ein bisschen schwer schwertransporter machen können oder sparen wir lieber noch geld weil dafür dafür könnten wir jetzt noch einen ganzen äh externen lkw kaufen für den weiteren mitarbeiter also ich weiß nicht ich bin irgendwie grad ein bisschen die frage ist sowieso wo kaufen wir uns eigentlich die garage weißt du was lassen wir mal seine brücke ich machen aber sowas von du wir machen mal folgendes es ist scheiße regenwetter ist es aber gerade völlig egal ich mache mal bank und zahlen wir hier vier stück zurück boom haben wir noch 40.000 dann sagen wir jetzt auf flieger ad ad halt hier einfach gucken wo wir hinfahren wollen also die frage ist halt wo wollen wir die nächste garage haben wenn wir hier unten eine natürlich wäre es günstig schön zentral eine zu haben das wäre halt deutschland aber wie wir alle wissen deutschland sieht hässlich aus deswegen würde ich persönlich eher sagen genf in genf habe ich ja auch privat also beim privaten spielstand habe ich ja auch meine 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 home garage ist in genf würde ich fast sagen wir machen hier jetzt im let's play auch da eine garage da weiß ich wenigstens was uns so erwartet ne es war auch noch in deutschland ne das heißt wir haben ja auch diese hässlichen hässlichen ja doch doch schon hässlich diese hässlichen standard teils aber wir haben zumindest hier äh zugang zum weltmarkt und hier extern sieht man schon hier sind die sachen das sind die neueren dinge halt aus richtig schön anders verschieden hat man viele verschiedene designs viele verschiedene kreuzungen viele verschiedene abfahrten auffahrten ihr seht jedes universum gut gut ja aber trotzdem anders halt ne hier gibt es viele verschiedene modelle klar manche viele sachen wiederholen sich natürlich auch keine frage aber man hat halt viel mehr auswahl und hier in deutschland oder deutschland polen also so die sachen die schon in ets gab es ähm das sieht da sieht halt jede abfahrt sieht halt so oder so aus es gibt es nur diese beiden designs es ist halt so traurig oder halt das hier und das hier ja jedes was du anguckst ist halt eins von diesen dingern kannst du gucken wo du möchtest sind alles genau diese gleichen dinger das ist halt irgendwie schon auffällig deswegen aber wir sagen wir machen trotzdem genf weil denken sie sind schon zugbahnhof und ich mag züge deswegen plus punkte das wird aber eine lange fahrt wahrscheinlich ne 1500 kilometer ach du scheiße das ist ganz woanders ne eigentlich wollten wir ja auch hier runter fahren ne weißt du was wir machen es anders ich weiß nicht ob das gut ist wahrscheinlich ist das gar nicht gut nein ich wollte wenn wir jetzt eine schnellreise zu machen zu unserer heimat garage ich weiß gar nicht wo die war aber die war ja wo warten die weil die hier ganz oben doch da ganz oben das heißt wir gehen nach da und fahre nach hier und fahre von hier aus dann nach genf ich schreibe jetzt nämlich viel kürzer das klingt in der zeit machbar ok das heißt gerade schnellreise wenn ihr einfach alle diese bunten lkw haben was habe ich denn da gemacht stimmt ja wir haben schon wieder voll verdrängt dass sie da ja alle diese bunten lkw haben so der aufleger ist da den schicke ich mal zurück so ist unsere mit punkt noch gesetzlich natürlich nicht eigentlich gm wir gehen aber auch gleich mal erst mal pennen so ja wo war es die team hä wieso ist bei standard der eine garage gar nicht angezeigt fakt egal so da aber weinen let's go aber wie gesagt wir gehen erstmal pennen weil im regen fahren kein bock nachts fahren auch kein bock wieso macht man cash dann mal wieder wieder 40.000 geil unsere mitarbeiter machen money so es regnet schon wieder das ist aber wieder dunkel er trägt immer noch oder was hast du für 40 stunden regen hier oh mein gott da hat er ja wieder richtig lust auf mehr oh man alter problem ist nicht mehr dreimal schlafen können wir nicht da habe ich ja extra den auflieger abgekoppelt damit wir ein bisschen windiger sind und ein bisschen schneller hinkommen und was jetzt regelt die ganze zeit so dass wir überhaupt keine haftung haben traktion gleich minus 1 ich brauche gerade die ganze zeit rückwärts damit wir überhaupt vorwärts fahren können vor allem man sieht halt nix weil auch noch nebel ist kackbom nebel kreisverkehr erste ausfahrt nehmen oh mein gott ja genf ad ne ja genf ad ne auch noch eine oberste kreisverkehr aber wir können hypocrisverkehr schön wie diese europäischen lkw ist immer nach vorne umfallen mit der bremste oder komplett die spur verliert aber schon wieder zug guter zugang er ist so schön schaut ihr euch an weil da die rege traktion gleich null komplett eingeschlagen und elke fährt einfach geradeaus weiter ich meine ich meine das ist in japan die ring zu halten gibt es weiß ich ja aber hier in europa wir waren dreimal pennen also das war noch für 28 stunden oder so was wenn man dreimal pennt vergehen für so 27 oder 28 stunden oder so und er sieht halt einfach immer noch das war die war das wichtig ist weil ich davon ausgegangen bin habe ich natürlich vorher gespeichert wie man gerade gesehen hat ich hatte zwar irgendwie gehofft wo die straße wo die kreuzung da so schön leer war das einfach kein fahrzeug kommt aber ich habe heute schon gerechnet deswegen habe ich auch gespeichert gerade weil ich wusste ist ja so schön leer weißt du genau dann wenn ich komme kommt kommt ein bus ist ja nicht normal der war gerade gestaged ich bin im falschen film oh alter wie ich hier lenken muss kann dieser regen nicht endlich mal aufhören ich mag diesen regen nicht boah alter ehrlich gesagt europäische lkw ohne aufflieger zu fahren ist halt schon gefährlich weil du darfst halt nicht bremsen und in der gefahrensituation ist das bremsen immer das erste was du machst ausweichen und bremsen aber wenn du dann dabei erst recht die spur verlierst problematisch ich meine gut echte lkw haben sowas wie abs und andere sicherheitsmaßnahmen aber die gibt es natürlich hier in game nicht ich meine die haben wir zwar jetzt schon mittlerweile sowas wie wie active cruise control hier eingebaut im spiel wobei das auch noch nicht ganz funktioniert in dem es auch noch nicht offen offiziell unterstützt wird aber die funktionalität an sich ist schon mal da halt noch sehr buggy aber wäre es schon cool wenn man irgendwann wirklich nur so eine spur halt der assistenten hier drin hat grundsätzlich abs und andere anti-ausbrechsysteme da würde das leben schon drastisch einfacher machen jetzt einfach der lkw im nebel gespawnt da habe ich genau gesehen woher woher schlafen das wird nichts kannst du vergessen also natürlich habe ich noch ein safe crime wo ich in der garage war näher muss ich jetzt muss ich das erste fall vielleicht raussuchen 48 35 ist ein bisschen lange her 35 ist ja noch von der alten aufnahme ja ist auch von der alten aufnahme egal fähigkeitspunkt haben wir uns vergebene genau es ist einfach hier schon das ist die karte nicht machen das funktioniert nicht so funktioniert physik nicht leider schon es ist ja durchaus möglich dass es mal zwei tage durch regnet aber wie gesagt es ist halt schwierig in der hause aufliegermanager zurückschicken so speichern er trägt nicht jetzt aber dafür mitten in der nacht so schon aber kein ring mehr easy warum kann ich einfach schnell reisen machen garagen kaufen manu aber kurz gibt es nicht die schnell reisen schnell reisen kann ich damit nicht zu genf wo waren genf 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 hier war zürich das ist in genf da war doch hier irgendwo ne da ist bern da ist genf genau ah lian schnell reise bestätigen eh ach man da komme ich da ja doch da kommt relativ gut rein ach 100 euro ja gerne ich will diese garage jetzt kaufen sofort zack zack ach so wir haben wir haben hier noch bei der bank hier noch gar nicht aufgeräumt in dem save game so wo sind wir jetzt hier wir sind am arsch der welt und wir wollen nach rom das ist ja wirklich bloß ein kattesprung von hier aufs geil nein diese schnellreise muss ich echt öfters mal machen das habe ich so noch nie genutzt wirklich dieses feature ok wir fahren los beim privaten sprich da habe ich halt schon was ich garagen da kann ich direkt zu meiner garage und springen wie neue händler neue arbeitsagentur hat er kommt doch schon wieder alles auf halt 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 ich habe vorfahrt mädel junger am kreisverkehr dritte ausfahrt nehmen nimm diese ausfahrt am kreisverkehr dritte ausfahrt nehmen nimm diese ausfahrt soo kann man besser wenn wir ein bisschen musik machen weil wir jetzt ein stück gefahren straße frei straße frei rechts halten dann ausfahrt rechts nehmen soo jetzt geht es hier aber abgeschmissen achso wieder runter wow die ausfahrt rechts wie der lkw gerade gezittert hat ha 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 die ist ja so liegt man an der kurve dreck regen alter wie gesagt bremsen sind immer noch gefährlich weil ohne aufliegen und so aber zum wissen können wir auch wieder durch die kurve fahren soo jetzt bei ernsthaft jetzt meine güte rechts wie wäre wie der richter wow okay ich wollte gerade so ein bisschen so so es ein bisschen drücken um selber ein bisschen abs zu simulieren hat aber nicht funktioniert scheiße ja das problem ist weil diese bremse halt immer ein bisschen nachhängt du kannst halt mit einer klassischen luftbremse kannst du halt kein abs simulieren aber anders ist halt wir sagen ohne auflieger einfach direkt bremsen da wird genau das gleiche passiert also naja nächstes mal also lieber rollen lassen solange ich nicht im lkw bin ist am sichersten und dann sowas beim lkw vorbei sind jetzt war doch nicht bremsen können da ist es halt aber direkt nach rechts zieht heute bremst das ist schon heftig ja 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 ich habe vorfahrt mit einem lkw so dann müssen wir mittlerweile fast noch vor 130 km haben wir noch vor uns brauchen ja ja uh ne da sind zu viele schilder nimm diese ausfahrt aber diese kreisverkehr inseln wo schilder drauf sind kannst du gar nicht mit 180 drüber prädern die rufung wieder so ein dreck der dreck muss weg der dreck muss weg oh la hapen buben hier wieder schon eine linkskurve wo man den gegenverkehr nicht sieht ich meine wenigstens ohne nebel diesmal aber trotzdem kommt da wer hallo nö naja naja so unübersichtliche straßen hier hier eine brücke der hinten enge kurve unmöglich zu überholen hier wie stellt man sich das vor bitte was tut ihr so was hier so ist übersichtlich ich fahre ich auf dem bus auf weg da das ist meine welt steht da hier rum was ist los mit dem hier sind wieder diese typischen hin und her kurven wo du auch wieder genau weißt gute alte etf map vor allem diese stimme ist wie gesagt ich probiere so ein bisschen abs nachzumachen aber das witzige ist halt wenn du bremst oder die s-kaste loslässt und du quasi schon wieder von der bremse runter bist dann fängt das an auszubrechen auf einmal also so völlig asynchron das war das ganze sehr unberechenbar jetzt haben wir jetzt eigentlich noch die prozent schon wieder ach so war es eigentlich schon in der werkstatt nähe so bestimmt war gar nicht in der werkstatt das sind immer noch die sieben prozent die wir ja die wir davor hatten vier prozent reifen sieben prozent nicht fahrwerk das heißt unseren auflieger aber auch noch nicht repariert jetzt haben wir defekten auflieger bei uns in der werkstatt stehen wie uncool wobei jetzt kann man glaube auch hier raus machen reparieren 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 anpassen kann man die auf der weise nicht ja gut wo alle oh, getankt haben wir auch noch nicht hallo vielleicht wenn man ohne auflieger fährt am geilsten wäre halt mit pedal zu spielen ganz klassisch da kannst du einstellen wie stark du bremst oder halt zumindest wenn man keine pedale hat so wie ich jetzt so gucken dass man statt mit der mit der mit der luftdruckbremse lieber den diesen hier diesen vitaler einstellt weil den vitaler da gibt es ja diese tasten um den zu erhöhen und zu senken vielleicht wäre das denn doch sinnvoller wir kommen zu der schweizer land und da vorne ist genf wo 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 Also langsam krieg ich jetzt ein bisschen hin mit dem ABS-Emulator. Aber das ist immer noch schwer. Ah ne, das ist zu lang, also zu schwach. Ah ja, wie gesagt, dieses Verzögerste Bremsen ist halt problematisch, weil wenn du bremst, dann bremst du ja nicht sofort mit der richtigen Bremse, sondern du hast ja auch die komischen Sachen, deswegen hast du ja auch nicht immer direkt Bremskraft. Deswegen ja auch wenn du, obwohl du eigentlich schon bremst, trotzdem den Verkehr hinten noch hinten rauf rast. Wollen wir erstmal viel später anfangen zu bremsen. Aber das Problem ist halt, wenn er denn bremst, der bremst halt auch gleich ziemlich stark. Ah, da ist sie die Garage. Äh, ja. Mit dem Effekt, dass man dann halt auch schon ausbricht. Gut. Ich mach aber jetzt nicht mehr diese Folge, sondern machen wir in der nächsten Folge. Ja, hallo. Ja. Roll halt jetzt mit Handbremse noch drei Meter. Digga, was los hier? Hier doch. Haoni mooni. So, ich war dann an der Stelle und mach an der Stelle morgen weiter. Ja. Den Garage kaufen. Also erstmal Geld von Bank holen und so. Dann Garage kaufen. Dann können wir uns wahrscheinlich mindestens zu zwei Lkw kaufen. Wollen wir mal gucken, wie viel der noch übrig bleibt. Müsste reichen. Müsste passen. Ja. Von daher. Ähm. Genau. Ja, ne. Bis dann.